Heute werden wir es wahrscheinlich nicht durchkriegen, aber ich würde mal sagen, dass die nächste Aufnahme wahrscheinlich schon die letzte sein wird. So, warum habe ich denn das nicht gemacht? Oder hatte ich das gemacht und bloß nicht geschafft? Keine Ahnung. Das war das. Ah, da gibt es natürlich auch mehr davon. Okay, das war nicht so gut. Ja, wenn es so ist, werde ich hier auch klein nochmal die Zeit machen. Es kann auch sein, dass das vielleicht noch gar nicht freigeschaltet war. Dass ich das jetzt irgendwie durchschnittlich etwas freigeschaltet habe. Ähm, das verstehe ich natürlich nicht, weil mehr als springen kann ich nicht. Ah, ich habe zu früh rüber gedrückt. Wie schlecht. Ah, sowas hatte ich jetzt lange gar nicht mal gemacht in solchen Passagen. Äh, was soll ich denn da bitte schön machen dagegen? Soll ich später abspringen, oder was? Äh, was soll ich denn da machen? Würdest du mich verarschen, oder was? Ja, ich dachte vielleicht früher springen, aber das bringt auch nichts. Äh, das ist jetzt gerade, das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Das ging jetzt so schnell. Okay, wir müssen uns links halten, wenn, äh... Äh, ich war jetzt schon bei den Indianer. Okay, wir hatten ein Checkpoint, wie es aussieht. Äh, das war jetzt ein bisschen Zufall. Äh, äh? Wir hatten ja noch genug Leben. Okay, da ist schon das Ziel. Sehr schön, den Pressar haben wir schon mal. Ja, wenn es so ist, dann machen wir ja auch gleich noch hier die Zeit. Ähm, ja, ich weiß, so ein Zeit, äh, Relikt, äh, will ich nicht machen. Äh, 99% abgeschlossen? Krass. Ne, aber hier ist es ja sowieso bloß, äh, Rennen. Und so kann ich wenigstens sagen, ich habe die Zeit auf einem, auf den ersten Beispiel fertig. Ich werde mich aber hier jetzt nicht zu lang dran aufhalten. Also, wenn ich jetzt wirklich das, äh, verkacken sollte, dann scheiße ich drauf. Mach das irgendwie leicht aufs Queen, äh... Mal schauen. Oder lass es komplett sein. Oder lass es komplett sein. Das geht manchmal so schnell. Was willst denn du von mir spielen? Ey. Ich drücke extra rüber. Und dann macht er das nicht. Ey, jetzt hört's auf. Ey, jetzt hört's wirklich auf. Ey, wenn man wegen so einen Stuhl dann verliert, ey. Ja, jetzt geht's doch auf. Ah, ich muss mich links halten. Ja, kommt, das schaffen wir jetzt noch. Boah, ich spring doch. Meine Güte. Ich versteh das nicht. Boah, ich krieg ein Ast. Ey, ich hab das doch die ganze Zeit hinbekommen. Jetzt weigert das sich einfach richtig zu springen. Was soll denn dieser Stuhl, ey? Ey. Das ist echt... Das ist gerade echt wieder dumm. Das ist wieder so was Dummes, ey. Wo ich einfach kotzen könnte. Ich spring doch so, dass ich auf dieses komische Trampolin-Trommel-Gedöns lande. Von daher verstehe ich nicht, was da von mir will, warum das nicht geht. Ey, das ist so zum Kotzen. Ey, du bist doch so ein dummes Stück. Kotzen. Oh, da muss ich später abspringen, oder? Ich verstehe das nicht. Ja, das war jetzt später. Ein Versuch noch danach. Lass ich es erst mal sein, weil ich will eigentlich bloß die Kristalle hier holen. Weil ich habe gesagt, jetzt ist mir jetzt eigentlich relativ egal geworden. Obwohl ich die schon gerne hier noch holen würde. Aber wenn dann vielleicht aufs Queen. Okay. Man muss tatsächlich später abspringen. Was war das? Hä? Warum zur Hölle ist da der Runde gefallen? Ui! Ich bin da vorbeigekommen? Im Ernst? Das war jetzt eigentlich gar nicht beabsichtigt. Okay. Und? 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 Boah, wir haben Saphir! Boah, äh, Saphir, wir haben Platin! Oh, sehr schön! Na gut, wir haben alle Zeitkisten eingesammelt. Ja, aber jetzt kann man wirklich sagen, wir haben die ersten beiden Inseln komplett fertig mit, ähm... Äh, mit den Zeits, äh, Relikten. So. Äh, hier haben wir alles, hier haben wir alles, hier haben wir alles... Ja, das war das mit dem Schlüssel. Okay, wir haben die ersten beiden Inseln komplett. So, jetzt tun wir erst mal einen Schluck Wasser trinken, beziehungsweise ich. Also, ein Schluck sieges Wasser. So, hier haben wir alles, hier fehlt uns sowas. Boah, das geht voran, aber ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen werden, alles, äh... Ja, also ich vermute mal, die nächste Aufnahme wird wahrscheinlich die letzte. Außer, ich mache nochmal spontan irgendwie die ganzen Zeits... Relikte, die mir fehlen. Die schneide ich dann mit hinten dran. Ach so. Wir lassen uns sehr schön in Zeit. Äh, das ist... Warum ist da nicht in die Uhr ein? Habe ich die eingesammelt? Weiß ich das gerade gar nicht. Ja, hier ist nämlich das Teil... Wir müssen ja auch ein bisschen Backpack gegen betreiben dann. Ja, ich weiß nicht, wenn wir erst mal... ...so lang gehen. Okay, hier... Okay, hier ist doch was. Wollte schon sagen, hier ist nix, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, dass ich jetzt schon hier bin. Wollte Bega! Wollte Bega! Wollte Bega! Wollte Bega! Wollte Bega! Wollte Bega! Ja, ich habe die Kisten mit Absicht noch nicht kaputt gemacht. Ich will erst mal schauen. Ja, ich glaube, wir müssen sowieso nochmal zurück. Ich werde das höchstwahrscheinlich schon nochmal neu anfangen müssen, das Level. Okay, wir sind jetzt hier. Also, ja, ich töte mich jetzt mal absichtlich. Wir müssen am besten rechts rum. Wir müssen noch mal drauf. Ah. Ja, Checkpoint. Ja, ich weiß nicht. Kommt, hören wir was? Okay, hier sind auch noch Kisten. Okay, irgendwas haben wir aktiviert. Ja, das wird ein bisschen hin und her gerendet. Das Blöde ist halt, wir können die Kamera nicht drehen oder so. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Nein, ich glaube mal nicht, oder? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Das ist ein Checkpoint. Den hätten wir uns noch auf? Oder sollen wir den schon nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Kamera ist nicht gerade... Das war anscheinend nicht so vom Spiel gedacht. Es waren ja irgendwo diese Kisten hintereinander. Ich weiß nicht. Achso, wir sind jetzt wieder am Anfang. Okay. Da hätten wir das auch geklärt. Ich weiß bloß nicht mal, wo der Kontrollpunkt war. Nicht, dass das dann eine Kiste ist, die mir dann am Ende fehlt. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja, komm, warte mal. Wir holen uns erst mal den Checkpoint hier. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal zurück muss. Das ist halt das Ding. Ich bin gerade echt ratlos. Ja, im Notfall müssen wir uns erst mal neu starten. Ja, fick dich. Ja. Sag mal. Was soll das? Ich meine, gut, ich kann mich noch ein paar Mal töten. Willst du mich jetzt hier holen? Ach, die schwebt über mir. Das heißt, ich kann auf die Plattform gehen. Okay, das muss man natürlich erst mal wissen. So, wir warten mal. Das ist aber auch diese verkackte Perspektive. Okay, ich warte hier und dann brauch ich bloß drauf zu laufen. Ich hoffe mal, dass alle kaputt sind. Ah, die Musik ist echt geil. Ach, das ist das, wo wir sonst langgekommen wären. Mein Gott. Ah. Ich will aber trotzdem erst mal schauen. Das mögen wir uns hier übersehen. Nein. Okay. Ey, willst du mich verarschen? Wie hätte ich denn jetzt hier durchgefunden? Ich hau... Boah, ich hau dir eine... ...es Maul oder was auch immer du hast, du dummes, komisches Gerät. Ich will erst mal kurz hier schauen. Das ist ja der eine Kontrollpunkt. Okay, das ist jetzt die Stelle. Einfach nur, um zu schauen, dass ich jetzt nicht wirklich was übersehen habe. Okay, hier ist eine Kiste. Ich hoffe, hier vorne war nix. Ich hoffe, dass hier alles kaputt war. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie eine Kiste dabei war, die ich unbedingt brauche. Ey, scheiße. Das wäre ja richtig kacke. Wenn ich auch von so einem Bonus-Teil, von so einem Bonus-Level vielleicht sowas brauche. Ey, das wäre ja dumm. Ich weiß es nicht. Na, notfalls muss man... Muss man es nochmal neu machen. Mein Gott. Das ist aber gerade sowas, wo ich doch nochmal zurückgehen muss. Das war ja noch eine Kiste, die ich irgendwie kaputt gemacht hätte. Das war ja auch scheinbar. Mein Gott, putz! Ah! Ich weiß, ich bin recht lustig, ob mein Alles hat. Okay, das sieht gut aus. Okay, ist auch schön. Na, das Level fand ich jetzt echt etwas verzwickt. Also so... Ich war mir echt nicht sicher, ob wir jetzt irgendwie alles schaffen würden. Badabah! So. Der ultimative Edelstein-Weg. Äh, das bedeutet... Haben wir jetzt alle, oder was? Ich dachte, es kommen noch ein paar. Krass. Ey, wir haben alle Edelstein jetzt. Ja, komm, wir haben es 21, 43. Komm, wir speichern ab. Ja, stimmt, wir haben 100%. Ey, krass. Das Einzige, was halt... Fehlen sind jetzt noch so die Zeitrelikte, aber... Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich die Hohlen werde, die noch fehlen. Es sind jetzt, äh... Ja, 6 Stück fehlen uns noch von den Zeitrelikten. Ähm, wenn ich die Hohlen werde, mache ich die oft sequinen. Vielleicht mache ich die, vielleicht nicht. Das werdet ihr morgen sehen, oder... Äh, nicht morgen, aber das werdet ihr dann sehen, äh... Ob ich die gemacht habe, oder nicht. So. Ja, mit morgen dachte ich hier so, wie jetzt, äh... Ja, der Part endet ja hier, aber nein, es ist ja nicht der Fall. Ähm, wir wollen jetzt das eine noch machen. Also, ich will das erstmal versuchen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen hier. Das ist nämlich schon mit dem DLC nachgereicht worden. Und, ähm... Das muss richtig hart sein. Das ist ja aus dem... Aus dem Originalteil rausgeschnitten worden, soweit ich weiß, halt, weil es zu schwer war. Ähm, eins weiß ich, hier werde ich auf jeden Fall nicht das Zeitrelikt machen bei diesem Bonus-Stage. Aber den Edelstein würde ich schon gerne versuchen. Ja, Freunde, ich habe jetzt ziemlich lange versucht, äh, dieses, äh... Level zu machen. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Das ist... Ich bin da so oft gestorben. Ich hatte 99 Leben. Ich hatte zuletzt 25. Äh... Ich habe da echt keinen Bock drauf. Das ist... Das ist so heftig. Also, ich bin echt froh, dass das aus dem Hauptspiel entfernt wurde. Ich habe mein 100% erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm... Jetzt gehen wir bloß noch zu dem zweiten Ende. Ähm, wo war denn das? Äh, war das... Ich glaube, das war hier der Quades Hall. Ja, und, äh... Damit beenden wir dieses Projekt und dieses Spiel. Vielleicht, ähm... werde ich die restlichen Zeitrelikte noch machen. Weiß ich aber noch nicht. So. Ähm... Das... Diese ganzen Plattformen... Das ist alles immer ein Kristall, den wir im Laufe des Spiels gesammelt haben. Und, äh... Da wir jetzt alle haben, kommen wir bis ganz hier hinter. Ähm... Vorausgesetzt, dass wir nicht runterfallen. Und hier geht's zum... Ja, zum zweiten Ende. Also zum richtigen Ende, irgendwie. Ich weiß nicht, ob uns jetzt irgendwas anderes noch hier erwartet. Ich weiß nicht, Ja, Freunde, okay, das war, äh, Crash Bandicoot 1, die Sahn-Trilogie. Die anderen beiden Teile werden natürlich auch noch folgen. Aber das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall werde ich die aufnehmen, wenn das dann nicht mehr ganz so warm ist. Ja, jetzt in dem Moment, wo ihr seht, das ist schon bereits November. Da ist es natürlich dann schon kalt. Äh, zumindest im Normalfall. Ja, wir haben ja aktuell noch den 17. August. Ja, ähm, vielleicht mache ich noch die restlichen Zeit-Challenges. Vielleicht auch nicht. Das werdet ihr sehen, was morgen kommt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das zählt nicht mit zu 100% Wertung rein. Und, äh, so viel Zeit, wie ich bei der einen Brücke verbracht habe, äh, das ist mir einfach nicht wert. Ich weiß, ich kann es schaffen, wenn ich lange genug dran bleibe. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wozu, also warum. Ähm, ja. Ja, man bekommt da jetzt nicht ruhig was dafür. Das Bonus, also was hier per DLC nachgereicht wurde, weiß ich auch noch nicht, ob ich das nochmal angehe oder nicht. Ähm, ich werde es aber für jetzt erstmal rausschneiden, da wir da sowieso nichts geschafft haben. Vielleicht ein paar Versuche. Äh, werde ich vielleicht drin lassen. Mal schauen. Ähm, ja. Ja, aber es bringt nicht, wenn ich jetzt eine Stunde lang nur hier, äh, versuche, dieses Bonus-Zeugs zu machen. Ja, also, für mich ist jetzt offiziell dieses Let's Play beendet. Ähm, falls noch was kommen sollte, wird das dann morgen erscheinen. Ansonsten startet morgen dann das nächste Projekt. Ja. Ja. Okay. Äh, abspeichern. Ja, ihr seht, wir haben 20, ah nein, das war, ja, äh, 24 Leben. Ja, haben wir 69 Leben. Ja. Äh, speichern brauchen wir das jetzt eigentlich nicht. Ja, wir haben, wie gesagt, unsere 100% erreicht. Und wenn ich alle Relikte hole, alle Zeitrelikte, dann bekommen wir 101%, also bei Saphir. Wenn wir alles auf Gold holen, 102, glaube ich, und alles auf Platin, 103. Und nur damit hier nochmal eine Zahl hinter unserer 100 oder so da steht, ja, ich weiß nicht. Also, ich denke mal eher nicht. Ja, okay, gut, Freunde. Äh, ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Projekt oder, hallo, spätestens beim, äh, Crash Bandicoot 2, äh, Sahn-Trilogie. Ja. Okay, das sag ich mal, ciao. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier noch ein paar Quedits kommen, aber das ist wohl leider nicht der Fall. Ja, die anderen Quedits hatte ich ja weggedrückt, weil ich eigentlich davon ausging, dass hier nochmal welche kommen. Aber, okay, man kann ja nicht alles haben. Ja. Okay, da verabschiede ich mich mal. Tschüss. Tschüss.